Kann man soziale Kompetenzen überhaupt lernen und welche Voraussetzungen braucht es dafür? Das klären wir in der heutigen Folge. Um zu wissen, ob man überhaupt die sozialen Kompetenzen lernen kann oder beziehungsweise auch lehren kann, müssen wir zunächst einmal wissen, was sind denn sozusagen die Grundlagen? Also was ist so das Grundsätzliche, was wir brauchen, damit wir soziale Kompetenzen überhaupt lernen können, damit wir es überhaupt verstehen können? Dann habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Lass uns die mal ein bisschen tiefer anschauen. Also da wäre zunächst einmal, dass man soziales Lernen natürlich nicht alleine lernen kann. Also ich kann es nicht mit einer Maschine lernen oder sonst irgendwie durch zum Beispiel nur ein Buch lesen, sondern eben indem ich es anwende, indem ich innerhalb einer Gruppe, innerhalb eines sozialen Gefüges, wie auch immer, dass ich also mit anderen Menschen interagiere, dass ich mit ihnen sozusagen mich ausprobieren kann. Also alleine lernen, das geht generell nicht und das ist auch gerade bei den sozialen Kompetenzen überhaupt nicht möglich. Ich muss also andere Menschen haben, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich mich ausprobieren kann. Und das Nächste, was wesentlich wichtiger ist oder was genauso wichtig ist eigentlich, ist, dass ich eine Selbst- und Fremdbewusstsein brauche. Also ich muss wissen, dass ich selbst da bin, dass ich ein Individuum bin und muss aber auch mich in andere hineinversetzen können. Muss also das Bewusstsein dafür haben, dass andere Menschen auch da sind und ich mich in die hineinversetzen kann. Empathie ist hier das Stichwort. Selbstbewusstsein, das hat damit zu tun, das ist gerade auch bei der Kindheitspsychologie zum Beispiel, bei der Entwicklung des Kindes an und für sich, wissen wir ja, ab einem gewissen Moment ist das Kind in der Lage, sich selbst zu identifizieren als Individuum. Also abgekopselt von der Mutter, dass ich also weiß, irgendwann im Laufe meiner Entwicklung, okay, ich bin ein eigenes Individuum. Wie kann man das zum Beispiel feststellen? Nun, durch diesen, ich glaube, Rouge-Test oder wie der heißt. Das heißt, ich mache einen roten Punkt auf die Stirn des Babys und in dem Moment nimmt das Baby auf seine eigene Stirn, also es schaut dann auch in einen Spiegel und dann greift das Kind auf seine eigene Stirn. Und in dem Moment weißt du, okay, das Kind weiß im Spiegel, das bin ich. Das ist nicht irgendwie eine andere Person oder sowas, sondern das bin ich selbst. Und in dem Moment weißt du, okay, das Kind hat ein Selbstbewusstsein. Diesen Test macht man auch ganz oft bei Tieren, um zu schauen, ob die Tiere ein entsprechendes Selbstbewusstsein haben oder nicht. Zum Beispiel bei Elefanten habe ich schon mal gesehen, die hat man dann auch vom Spiegel gestellt und dann gehen die mit dem Rüssel auf ihre Stirn und wollen dann diesen entsprechenden roten Fleck, den sie dann haben, auch einmal abtasten. So weiß man dann, okay, auch Elefanten haben ein Selbstbewusstsein. Als nächstes ist die Fremdwahrnehmung. Ich muss also in der Lage sein, dass andere Menschen durchaus anders testen können oder anders denken können als ich und ganz andere Denkmuster haben als ich. Auch hier holen wir nochmal, was heißt nochmal, aber hier können wir Piaget hervorrufen, auch wieder aus der Psychologie, aus der Kindheitspsychologie, indem wir zum Beispiel sagen, okay, Piaget ist hingegangen und hat ein einfaches Experiment gemacht, hat also zu den Kindern gesagt, okay, schau, hier ist eine Puppe, die versteckt jetzt ein Kind in, oder legt ein Kind jetzt in eine Truhe und geht weg. Jetzt kommt ein anderes Kind und nimmt die Puppe und legt sie von der Truhe in den Schrank rein und dann geht das Kind wieder weg und das Kind, das die Puppe in die Truhe gelegt hat, kommt zurück. Und wo sucht die jetzt die Truhe, wo sucht die jetzt die Puppe, sorry. Wenn das Kind sagt, in der Truhe, dann ist dem Kind bewusst, ah, okay, ich weiß, dass das Kind, das weggegangen ist und vorher die Puppe in die Truhe gelegt hat, das kann ja nicht wissen, dass die Puppe jetzt im Schrank liegt. Das ist dieses Fremdbewusstsein. Wenn das Kind aber sagt, naja, die Puppe wird im Schrank gesucht, dann weißt du, okay, wenn es im Schrank gesucht wird, dann weiß das Kind, also das Kind kann das ja nicht wissen, weil es weggegangen ist, also ist das Fremdbewusstsein, nämlich dessen, dass meine Gedanken, die ich habe, meine eigenen, dass die nicht jeder andere auch haben kann, ist dann eben nicht gegeben. Und das sind so Grundvoraussetzungen, die man im Prinzip dafür braucht, um soziale Kompetenzen zu entwickeln. Empathie ist auch irgendwo in anderen möglich, also ist auch anders möglich, weil wir halt bestimmte Neuronen haben. Wir haben ja die Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Das heißt, wenn jemand anderes lacht, fangen wir auch automatisch an zu lachen. Das ist aber auf der untersten Ebene, sage ich mal, wenn man vom Gehirn her denkt, also wirklich auf ganz niedrigen Ebenen generell, damit wir uns in andere Menschen hineinversetzen können und in deren Gedankengänge. Was wichtig ist, damit wir auch verstehen, wie ein Mensch handelt und warum er entsprechend handelt, das können wir nur dann entwickeln, wenn wir ein Fremdbewusstsein haben. Wann entwickeln wir in der Regel dieses Fremdbewusstsein? Nun, das ist immer so ungefähr im vierten Lebensjahr etwa. Deswegen ist es am besten, wenn du die sozialen Kompetenzen fördern möchtest, zum Beispiel auch im Kindergarten, das Ganze erst ab etwa vier Jahren zu machen. Je nachdem, einige Kinder sind auch schon früher dran, aber so im Schnitt kann sich daran orientieren. Soziale Kompetenzen kannst du im Prinzip erst ab dem vierten Lebensjahr fördern, weil die Kinder dann erst wirklich in der Lage sind, sich in andere auch hineinzuversetzen. Was anderes ist es natürlich, was auch eine soziale Kompetenz ist, dass du den Kindern natürlich auch beibringen kannst, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen. Dafür brauchen sie ja kein Fremdbewusstsein. Da reicht das eigene, das Selbstbewusstsein. Mit hinzu kommt natürlich, was brauchen wir zu den Grundlagen noch? Das Wissen an und für sich, dass wir kein unbeschriebenes Blatt sind. Also wir sollten uns immer auch darüber im Klaren sein, dass unsere Gene zum Beispiel auch Einfluss auf unser Sozialverhalten hat. Das heißt zum Beispiel, einige Menschen sind eher zum Beispiel extrovertiert oder eher introvertiert. Oder beziehungsweise extravertiert heißt, das habe ich vor kurzem erfahren. Und so können ganz viele andere Gene und ganz viele andere Mechanismen im Prinzip dafür sorgen, dass ich selbst eine entsprechende Wahrnehmung habe. Also Gene können durchaus dafür sorgen, dass wir etwas anders wahrnehmen. Also Gene können durchaus dafür sorgen, dass wir unser soziales Verhalten und damit auch das Lernen des sozialen Verhaltens durchaus beeinflussen. Gleichzeitig sind wir aber nicht ein Opfer unserer Gene, sage ich mal, sondern auch dieses soziale Verhalten können wir natürlich auch durchaus lernen. Zum Beispiel weitere Faktoren, die mit einfließen, ist unsere Sozialisation. Zur Sozialisation gehört zum Beispiel unsere Umwelt, wie auch unsere eigenen Erfahrungen, die wir machen. Also zum Beispiel, wie wir aufwachsen, wie wir erzogen werden, aber auch Erfahrungen, die wir selber machen. Das sehen wir ganz oft bei Kindern, dass sie zum Beispiel zu einem bestimmten Verhalten eine entsprechende Verhaltensstrategie entwickeln, um eben ihre eigenen Bedürfnisse durchzudrücken. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind ein anderes Kind einfach schlägt, weil es die Erfahrung gemacht hat, ja, wenn ich dem mit Schlägen alleine nur drohe, dann habe ich im Prinzip meinen Willen durchgedrückt und das reicht mir ja auch erst einmal. Dass es natürlich kein besonders gutes soziales Verhalten ist oder ein sehr kooperatives soziales Verhalten ist, das wissen wir alle selbst. Es geht ja einfach nur darum zu verstehen, dass Erfahrungen unser soziales Verhalten natürlich durchaus beeinflussen kann. Das Gleiche kann natürlich sein, dass man auch bestimmte Kompetenzen richtig mechanisch erlernen kann. Also zum Beispiel, dass ich durch Theorie weiß, wie Kommunikation funktioniert. Ich selbst habe ja, als ich im Studium war, zur sozialen Arbeit, da haben wir uns zum Beispiel mit der Entwicklungspsychologie auseinandergesetzt. Wie ich hier schon gesagt habe, Piaget. Alleine schon dieses Wissen, dass Kleinkinder zum Beispiel gar nicht in der Lage sein können, ihr Verhalten zu reflektieren, weil sie sich vielleicht noch nicht selbstbewusst sind oder weil sie noch gar nicht in der Lage sind, ein Fremdbewusstsein zu haben, hilft mir ja, eben zu verstehen, warum Kinder oder Kleinkinder reagieren, wie sie reagieren. Das sind alles Dinge, die man so theoretisch und rein, nicht rein praktisch, sondern rein theoretisch und wissenschaftlich sich anarbeiten kann sozusagen. Also das sind sozusagen die Grundlagen, die wir brauchen. Das ist wichtig, damit du einfach gut einschätzen kannst und verstehen kannst, was du oder was im Prinzip Kinder brauchen, damit du ihnen die sozialen Kompetenzen vermitteln kannst und sie auch entsprechend lehren kannst. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind die Voraussetzungen, die ein anderes Kind benötigt, beziehungsweise die wir generell brauchen, damit die Kinder überhaupt sich verändern können oder überhaupt die sozialen Kompetenzen fördern können. Und das schauen wir uns jetzt an. Damit ein Mensch überhaupt willens ist, sein eigenes soziales Verhalten zu verändern, muss natürlich überhaupt der Wille da sein, sich zu verändern. Denn wenn ich mich nicht verändern will, wird das auch nie passieren. Du wirst niemanden zu einer Veränderung zwingen können. Dabei ist ganz wichtig zu beachten, wer denn überhaupt hier eine Veränderung haben möchte. Also bist du das überhaupt oder ist das das Kind? Wenn das Kind zum Beispiel in deinem Unterricht stört, dann hat das Kind kein Problem, aber du hast ein Problem. Das heißt, dieses Problembewusstsein, wer denn hier wirklich eine Veränderung hervorbringen möchte, ist unwahrscheinlich wichtig. Nochmal, wenn du es nicht schaffst, ein Kind dem zu erklären, dass es wichtig ist, sein soziales Verhalten zu verändern, wird es das auch nie machen. An einem klaren Beispiel, ich habe vorhin gesagt, ein Kind kann zum Beispiel eine Verhaltensstrategie entwickeln, in dem es sagt, okay, wenn meine Bedürfnisse oder ich meinen Willen nicht durchdrücken kann, dann drohe ich meinem Gegenüber mit Schlägen. Warum sollte dann das Kind überhaupt sein Verhalten entsprechend verändern, wenn es immer mit dieser Strategie gut gefahren ist? Also im Prinzip immer alles gut gelaufen ist, so wie ihr es wollte. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir den Kindern entsprechend vermitteln, dass bestimmte Verhaltensstrategien nicht so in Ordnung sind. Wie können wir das machen? An dem einfachen Beispiel, indem wir ihm zum Beispiel sagen, stell dir mal vor, du verletzt jemanden. Das ist etwas, das ich ganz gerne mache. Stell dir mal vor, du verletzt ihn so sehr, dass er zum Beispiel ins Krankenhaus muss. Muss ja jetzt nichts Schlimmes sein, aber der kann sich, weil du ihn schubst, zum Beispiel Arm brechen oder einen Schürfwunder haben oder irgendetwas dergleichen. Irgendetwas auf jeden Fall, das behandelt werden muss. Das kann zum Beispiel eine Strategie sein, um zu klären, dass es eben nicht immer alles so mit Gewalt gelöst werden kann. Dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir möglichst eine Veränderung hinbekommen, also durch eigene Kenntnisse. Also eigene Kenntnisse durch Veränderung, durch Erfahrung. Ganz oft ist es so, dass wir uns nur dann verändern können, wenn wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben. An unserem Beispiel wieder, ich habe die Erfahrung gemacht, okay, durch Gewaltandrohung kann ich meine eigenen Bedürfnisse einfach durchdrücken. Die Erfahrung, die wir aber machen sollten oder die Kenntnis, die wir durchaus machen können, ist, indem wir den Kindern Möglichkeiten und Strategien mitgeben, in denen sie ihre Bedürfnisse diskutieren können beziehungsweise auch erläutern können und ihre eigenen Gefühle erläutern können, indem sie zum Beispiel sagen können, wie sie sich fühlen. Und dann brauchen sie die Gewalt nicht mehr, weil das Gegenüber dann eher versteht, warum man zum Beispiel gerade sein Spielzeugauto haben möchte oder dass man gerade seine Ruhe haben möchte, was auch immer das Bedürfnis dann gerade ist. Durch die Erfahrung, die das Kind da macht, lernt es dann, okay, ich muss nicht immer Gewalt anwenden, sondern bin auch durchaus mal in der Lage, meine eigenen Bedürfnisse zu nennen oder auch mal zu sagen, dass ich etwas nicht möchte, wie ich mich dabei fühle, wenn die Person etwas umsetzt und habe dadurch auch Erfolg, ohne zum Beispiel Gewalt anzuwenden. Diese Erfahrungen sollte man natürlich idealerweise einmal auch selbst machen. Es reicht nicht, dass ich einfach nur etwas erzähle, sondern dass ich das wirklich erfahre. Dass ich zum Beispiel mal wirklich erfahre, wie sich Gefühle anfühlen, unterschiedliche Gefühle. Dass ich dadurch lerne, diese Gefühle zu benennen. Das funktioniert meiner Meinung nach super durch Theater, weil wir durch Theater einen entsprechenden Raum aufmachen können, einen geschützten Raum, in dem wir uns ja unterschiedlich ausprobieren können. In dem wir mal ausprobieren können, durch zum Beispiel mal Gewalt, also nicht unbedingt jetzt, dass wir jemandem wehtun, aber dass wir so tun, als wären wir jemand, also in die Rolle schlüpfen eines Gewalt, eines jemanden, der viel Gewalt ausübt. Wie ich es auch immer ausdrücken soll. Also dass wir wirklich die Rolle spielen, eines Gewalttätigen. Und dann zum Beispiel mal wirklich Gewalt ausüben. Wie viel Stress das auch ausführen kann. Und was das alles auch immer wieder, die Kinder bringen sich ja so oft manchmal selbst in Stress. Und wie einfach es sein kann, wirklich mal in die Rolle zu schlüpfen, dass ich sage, ich bin ganz gelassen. Und wenn der mich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas sagt, was mir nicht passt, dann sage ich zum Hör auf damit. Und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Dann muss ich was anderes ausprobieren. Und das ist ja das Schöne. Innerhalb dieses Raumes wird nichts vorgegeben, sondern wir dürfen alles ausprobieren. Das heißt, die Lernumgebung ist auch unglaublich wichtig, dass wir eine entsprechende Lernumgebung haben, in der wir eben unterschiedliche Erfahrungen sammeln dürfen. Nachdem wir jetzt also wissen, wie so bestimmte Lernvorgänge ablaufen können, beziehungsweise was es dafür alles braucht, wissen wir nun also so einigermaßen, wie man lernen kann, beziehungsweise, dass man durchaus soziale Kompetenzen lernen kann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie so eine Entwicklung aussehen kann. Also, dass wir so etwas auch berücksichtigen. Entsprechend kann ich dir sagen, okay, wie sieht so eine Entwicklung aus? Das Erste, was wir uns, das Erste, was wir wissen sollten, ist, dass das natürlich ein Prozess ist. Es ist ein Entwicklungsprozess. Ein Entwicklungsprozess, den wir immer wieder begleiten müssen. Das ist also nichts, dass ich irgendwie sage, ich bringe dir jetzt bestimmte soziale Kompetenzen bei und dann wirst du die umsetzen können, sondern dass wir eben diese Erfahrungen auch wirklich selber machen. Das kann man nicht von jetzt auf gleich machen, sondern das dauert. Es dauert ja auch, bis ich bestimmte Verhaltensmuster eingearbeitet habe, beziehungsweise ich auch bestimmte Strategien entwickelt habe. Das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Und entsprechend braucht es viel Zeit, diese Entwicklungen auch zu verändern, wieder zu verändern. in die Richtung, in die wir es eben haben möchten. Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass jeder immer noch seine eigene Persönlichkeit hat. Und das bedeutet, jemand, der vielleicht eher extravertiert ist, wird vielleicht etwas wilder sein und etwas mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und entsprechend ein anderes soziales Verhalten haben, als Menschen, die eher introvertiert sind und damit im Prinzip eher in sich gekehrt sind und viel ruhiger sind. Die haben ein ganz anderes soziales Verhalten. Es gibt also nicht das soziale Verhalten, sondern im Prinzip kann man soziales Verhalten zusammenfassen, als ich bin in der Lage, innerhalb einer Gruppe mich zu integrieren, zu argumentieren und innerhalb einer Gruppe zu leben, also mit anderen Menschen, ohne ständig anzuecken. Gleichzeitig kann ich aber durchaus auch meine eigene Persönlichkeit entfalten und darf auch mal meine eigene Persönlichkeit, was heißt mal, sondern darf die ganze Zeit meine eigene Persönlichkeit zeigen, bin aber mir auch mal bewusst, dass ich mich auch mal zurücknehmen muss, dass ich eben nicht immer alles machen kann. Es ist alles nicht mehr so einfach, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es geht im Prinzip darum, dass wir unsere eigene Persönlichkeit im Einklang bringen mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen und nicht immer nur das tun, was wir wollen, aber uns auch nicht ständig anpassen an die anderen Menschen. Es ist also ein Gleichgewicht zwischen dem Ganzen, wie in einem Balanceakt, nicht so sehr auf der einen Seite, nicht so sehr auf der anderen Seite. Und da sich unsere Umwelt ständig verändert und auch unsere Persönlichkeit sich immer wieder weiterentwickelt, ist das ein Prozess, der nicht irgendwann aufhört, sondern der immer wieder weitergeht, der ein Leben lang weitergeht, weil auch unsere Lebensphasen sich ändern. Von Kindheit zum Erwachsenenalter bis ins hohe Alter haben wir ja ständig ganz andere Bedürfnisse und unser Charakter entwickelt sich ja ständig ganz anders. Aus diesem Grund ist es wichtig, zu wissen, dass es eine Lebensaufgabe ist in allen Phasen unseres Lebens und es ist wichtig, dass wir viel eher vermitteln, wie die eigene Persönlichkeit ist, wie andere Menschen ticken, damit wir das immer wieder anpassen können. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, wenn du dieses Verhalten nicht zeigst, dann werde ich dich bestrafen, sondern eben Strategien zu zeigen, wie man sich selbst verändern kann. Dann bin ich auch in der Lage, den ständigen Prozess aufrecht zu halten und mich immer wieder neu auf neue Gegebenheiten einzustellen. Das ist das Ganze. Deswegen hatten auch so viele zum Beispiel Probleme mit Corona, weil von heute auf morgen das soziale Verhalten eingeschränkt werden musste beziehungsweise wir ganz neue Strategien finden mussten, um unser soziales Leben eben anzupassen beziehungsweise entsprechend umzustellen. Fassen wir also zum Schluss noch einmal zusammen, was überhaupt wichtig ist, was du aus der heutigen Folge mitnehmen solltest. Das ist zum einen, dass wir nicht alleine lernen können, gerade also generell, aber auch gerade die sozialen Kompetenzen. Das ist etwas, das wir ständig anpassen müssen, wo wir ständig immer wieder schauen müssen, wie andere Menschen reagieren und eben entsprechend darauf reagieren müssen. Auch unsere Normen und Werte passen sicher oder ändern sich ja ständig, unsere gesellschaftlichen Normen und Werte auch, und müssen entsprechend auch darauf reagieren. Dabei müssen wir uns immer wieder fragen, wer denn überhaupt eine Veränderung haben möchte. Also das Kind selbst oder willst du diese Veränderung? Willst du die Veränderung, wirst du keinen Erfolg haben. Das Kind selbst muss verstehen oder die Person selbst muss verstehen, dass sie ihr soziales Verhalten anpassen muss. Überlege dir also immer, wer hat das Problem? Wer, wessen Problem ist es? Wenn das Kind deinen Unterricht stört, ist es nicht das Problem des Kindes, sondern es ist dein Problem, weil du möchtest Ruhe in deinem Unterricht. Du machst es zum Problem des Kindes, indem du das Kind bestrafst. Aber dadurch verändert sich das Verhalten, beziehungsweise kommt nicht die Einsicht rein, okay, ich sollte mal mein soziales Verhalten entsprechend verändern, beziehungsweise mein Verhalten im Unterricht damit. Das ist natürlich eine Lebensaufgabe, dass wir uns ständig reflektieren, deswegen ist Reflexion auch so wichtig, für die Persönlichkeit, also für das soziale Miteinander und für das Lernen der sozialen Kompetenzen, dass ich mich ständig immer wieder auf Frage, ist mein soziales, ein innerer sozialer Kompass sozusagen, also meine eigenen Werte und Normen, immer noch richtig oder sollte ich sie vielleicht mal anpassen? Das ist ein Prozess, der uns unser Leben lang begleitet und der sich immer wieder auch verändert, weil er durch unsere Umwelt beeinflusst ist, aber eben auch durch unsere eigenen Lebenszyklen wie von der Kindheit bis ins hohe Alter, bis ins hohe Rentenalter. Wenn du jetzt sagst, ja, das ist ja cool, ich möchte Kinder auch gerne so ganzheitlich bilden und möchte Kinder auch gerne zeigen, wie sie sich selbst verändern können über ihr ganzes Leben hinweg, immer wieder innerhalb eines prozesshaften Arbeitens kann ich dir entsprechend mein Programm empfehlen Einfach Theater. Mit Einfach Theater zeige ich dir, wie du mit theaterpädagogischen Methoden die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern kannst. Wenn dich das interessiert, ein Blick in die Shownotes reicht, da findest du den Link und kannst dort mehr Informationen einholen sowie auch direkt buchen. In diesem Sinne bedanke ich mich auch dieses Mal wieder fürs Zuhören beziehungsweise Zusehen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.